ja und damit herzlich willkommen zurück zu emu legend hier bei explorer lp schön das eingeschaltet hast eigentlich wollte ich ja bei der ab der folge heute ja die folge war es die webcam einschalten aber ich krieg es irgendwie nicht hin ich muss das spiel würde ich jetzt da draußen nicht interessieren aber ich trotzdem erkläre es kurz ich muss das spiel über eine bildschirmaufnahme aufnehmen und irgendwie kriege ich die webcam darüber nicht ans laufen da muss ich mich da mal bei zeiten dran setzen deswegen heute ohne webcam gut wir questen weiter wir sind immer noch im emberwald startgebiet und wir machen heute geheimnisvolle höhle und da laufen wir jetzt die resonanz auf das spiel war von eurer seite bis jetzt ja sehr positiv ich muss auch sagen dass ich finde es echt toll das spiel es macht fang ich würde bestimmt irgendwann mal der eine oder andere augen bekommen wo man es verflucht aber bis jetzt muss ich sagen es ist cool so laufen wir hier ein das ist ein dungeon tatsächlich geheimnisvolle höhle du kannst die verbesserung version verdienen indem du schwierigkeitsgrad ist würden schon zur höchsten ne wir machen pusty modus immer einzelspieler ok schauen wir mal wo wir lang müssen Okay. 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 Ich glaube, das ist ein Aspel. Okay. Entschweckt. Was passiert hier? Verlassen? Nein. Ich will noch nicht verlassen. Wir wollen Spaß. Oh, das ist ja echt. War es das schon wieder? Ach, mein Ohr. Okay. Dann marschieren wir wieder raus. Vielleicht geht es auch noch weiter. Okay. Ja, die detaillierten Schlachtergebnisse interessieren uns jetzt erstmal nicht. Da ist noch einer. Gut. Lass mal lunchen. Können wir abgeben. Dann mal Lusch. Jawohl. Jawohl. Hallo. So, die Kreaturen ergosten sich aus blauen Wellen. Seid ihr sicher. Verdammt, verdammt. Gibt schon wieder ein Schwert. Diese blauen Wellen sind Rift Tunnel, die man dunkle Energie nennt. Erinnert ihr euch, was ich euch erzählt habe? Dass die pandemonische Armee des Kontingents vor 200 Jahren... Um auf die Erde zu gelangen, haben sie den ganzen Kontinent Rift Tunnel geöffnet. Diesen Tunnel nennen wir dunkle Energie. Wir haben Krieg. Ich habe keinerlei Ahnung an meiner Vergangenheit. Ihr scherzt doch. Ich wünschte es wäre so. Wir müssen die Mitglieder der Herauskoalition malen. Mein Land selbstverständlich zuerst an Norea Media und... Beruhigt euch. Ich kann euch nicht dabei helfen, Warnungen an andere Länder zu bringen. Geht nach Norden. Okay. Wir gehen nach Norden. Aber ganz schön weit nach Norden. Wir könnten einen Rift nochmal machen, ne? Obwohl, ne. Aber ja schon. Das war's. Das war's. Hier sind die Schnickis. Die Nacktschnicken. Können wir jetzt alles holen hier. Okay. Ja. Da müssen wir hin langen. Ich bin mal gespannt ob man später noch so erkunden kann. Oder ob das alles so sehr linear gehalten ist. Ich meine, das ist ja nicht so. Damit könnte ich auch leben, aber... So ein bisschen erkunden wäre natürlich... Eine schöne Sache, ne? Nebenbei. So. Hey. Das ist kein Abenteuer Spielplatz. Wir fahren das Volk wie euch. Verschwindet hier bevor ihr euch noch umbringt. Ich möchte so schnell wie möglich verschwinden. Kommandant Leo von der... Ammermwald dunkle Energie gewildet hat. Die dunkle Energie. Erde, sie war. Babs. Sprecht hier mit euch selbst. Sondern mit mir. Entschuldigt. Ja. Wir kamen hierher, um die schwindenden Noctobard-Importe zu untersuchen. Wann raus, dass die im Wald mutieren. Mhm. Habt ihr die Kreatur gesehen? Ja. Ich hab sie nicht gesehen. Ich habe sie getötet. Larven. Die Larven. Das sind Dämonen, die im 3-jährigen Krieg an vorderster Front kämpfen. Sie sind nur ein Spähttrop. Ihr arbeitet für Leo nicht wahr. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Bitte zerstört sie, bevor sie sich noch weiter entfallen. Trefft mich an der Nordhütte, sobald ihr euren Auftrag erledigt habt. Gut. Also, wir sollen jetzt... ...nach da oben. Okay. Dann mal los, mein Freund. Äh... Hier lang. Und diese Brücke wird erschreiten. So... Ich bin Henry, ein Holzfäller. In letzter Zeit haben die Bäume im Wald angefangen, herumzweißen. Um zu laufen. Oh je. Ich werde mich darum kümmern. Okay. Seid ihr nicht der, der die Spinnenkönigin erschlagen hat? Ja, das bin ich. Er möchte, dass ihr zum Westklang kommt. Er muss einen Auftrag für mich haben. Okay. Ein Mann namens Jerome bat mich, euch dies zu geben. Es soll euch Linderung verschaffen. Wankender Glaube. Wer weiß noch? Achso. Das ist sehr freundlich von ihm. Ups. Ups. Sie liest den Brief und ihr Ausdruck verdüstert sich. Es tut mir leid, Jerome. Aber die Antwort darauf weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand weiß, welches Schicksal Rougar für uns vorgesehen hat. Er versteht nicht, der Gott ist Schutz, das so etwas zulassen kann. Er will wissen, warum er keine Hilfe von einem Gott erhält. Ist das ein Ernst? Es gibt Menschen. Ja. Sollen wir mal eben eventuell reinschauen, was wir jetzt alles gekriegt haben? Ausgerüstet. Es wird schlechter, 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 schlechter gleich. Auch nichts Besonderes. Die wären besser, ne? Ja. Okay. Können wir eigentlich hier verkaufen irgendwo? Mal so ganz nebenbei blum gefragt. Schwende Alchemist. Schwende Alchemist. Will nicht. Wache, wache, wache. Wache. Können wir irgendwo verkaufen. Schade. Na gut. Was bist du? Was bist du? Du bist tot. Was bist du? Du bist tot. Spinnis. Spinis. 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 Okay. Hammer. Müssen wir jetzt hier oben noch abgeben? Ne, ne? Müssen wir jetzt hier unten. Latschen wir mal automatisch hin. So. Ich habe nach euch gesucht. Ihr müsst euch erledigen. Schnell. Ich kann unter Stress nicht arbeiten. Ist das ein offizieller Auftrag? Ja. Dieser Welt. Ich habe gehört, dass wir uns zum ersten Mal seit 200 Jahren wieder eingefallen. Die Dämonen und die Alchemist. Bitte zerstört so viele Dunkelenergiegeneratoren wie möglich. Okay. Was noch? Oh. 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 Nix. Willkommen zurück, Ritter. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Ich dachte, ihr seid Polizeivorsteherin. Warum seid ihr nicht in der Stadt? Die Polizei hat nicht genug Leute. Deswegen müssen wir alle mit anpacken. Ups. Wollt ihr mich noch mal vermisst? Wenn das Schreckliches passiert. Ich weiß. Aber bitte geht und findet ihn. Ups. Gut. Was ist hier los? Oh. Hier. Und da. Und weiter geht's. Das war das. Wolle. Wolle mitkommen hier. Wolle mitkommen hier. Okay. Auch erledigt. Hier unten ist noch irgendwas. Irgendwas. Muss man hier machen. Wir nutzen. Das war's. Ja. Wolle die Stirb. Wolle die Stirb. Das war's. Wolle die Stirb. Okay. Ich nehme dich. Da kommt dann nicht mehr alles mit. Ups, Ups, Ups. M-M-M-Monsterkill. So. Da sind wir wieder. Und fertig. Und wo geht es jetzt hin? Ich spreche mit Rosas Gefühl, ich spreche mit Benedikt. Chris, die Suche nach Horror ist... Wir machen erst mal das. Ups. Wir machen erst mal das. Schade, wir haben heute den 26. kurz vor 12. Also bald den 27. Am 28. ist ja die Beta hier vorbei. Ich freue mich schon echt an, wenn es wieder weiter geht. Was soll man jetzt sagen? Wir sind schon Level 10. Alter Vater. Alter Vater. Was hat denn der hier? Haben wir wieder... So. Ihr wimmelt es von mutierten Pflanzen. Okay. Sapi Unus. Sie nutzen weibliche Körper, um Männer anzulocken und zu verschlingen. Barbie. Garst. Könnt ihr sie töten? Jammerlich. Die Zerstörung der Postbote. Achso. Die Zerstörung der Postbote. Die hat zwei Quests. Ihr habt euch aber dunkle Energie zerstört. Jawohl. Äh. Schon bald wieder hindurch. Du hast eine starke Folie. Ihr habt kleben entlang der Südhänge aus. Und errichtet eine Verteidigungslinie. Wart ihr Soldat. Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht kann ich euch helfen. Aber zuerst müsst ihr mir helfen. Was redet ihr da? Was redet ihr da? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Geht vor. Ich werde euch in Kürze folgen. Dann kriegen wir ein neues Pit. Ein neues Pit. Was heißt denn jetzt? Der hat einen schwarzen Hager. Können wir jetzt noch einmal den? Okay. Das. 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 Das ist alles glaube ich. Im grünen Bereich. Was sollen wir jetzt machen? Ja. Kohle. Steigungslust. Yep. Und ich muss die Musik eigentlich noch leiser machen, weil es gibt da urheberrechtliche Probleme. Nein. Fertig. Was steht als nächstes an? Da oben müssen wir uns erledigen. Ja, es ist ein Michael Curtin. Juuu Was sonst noch was? Ok, alles fertig. Da oben haben wir noch einen Rift. Einen Rift. Den machen wir aber dann erst in der nächsten Folge denke ich mal. Ruckel, ruckel. Ähm, kommen wir hier runter? Ne, kommen wir nicht. Obwohl wir können noch. Über eine Quest haben wir glaube ich noch nicht fertig, ne? Hier ist euer Lohn. Level Up. Ok, ja, 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 ja. Und jetzt? Sprech mit Benedikt. Sprech mit Benedikt. Sprech mit Benedikt. Ok. Rommensuche. Sprech mit Hans. Ok. Gibt dich in den Wald, der dunklen Energien. Schickt wir uns echt nochmal zurück? gut dann schauen wir in der nächsten folge wie es weitergeht bei emu legend hier bei explorer p schön dass du eingeschaltet hast ich wünsche dir auf jeden fall noch einen schönen tag schönen abend je nachdem wann du die folge siehst und sage tschüss bis demnächst